So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Tektar... Au, 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 es ist zu warm. Ja. Ne? Ja. Genau. Bei mir nicht. Doch, es ist einfach zu warm, Mann. So. Nein, es ist nicht zu warm. Heu dir nicht, Ruppmann. Ich habe für meinen Power Suite was Neues entdeckt. Und zwar, wo war denn hier die Batterie drauf? Hier war die Batterie drauf. Die nehmen wir jetzt noch nicht runter. Wir können aber den HV-Kapaziteur auch einfacher herstellen, indem wir hier einfach mal weiterklicken und dann können wir das auch mit dem Lapotron-Crystal machen. Und für eine Lapotron-Grizzle. Schizzle. Was hast du denn vor jetzt, oder brauchst du eine Aufgabe? Soll ich dir was geben? Ich mache gerade mein Feld. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Wir müssen dann die automatischen Farmen anfangen. Was willst du? Was willst du mir denn? Nein. Nein. Ja. Jetzt. Spuck ab. Warte. Gar nichts. Ich will gar nichts machen. Im Lagersystem muss ich noch ein bisschen feilen. Das automatische, die automatische Tierfarm muss noch gemacht werden. Wie ist das? Ja, dann mal los. Wir haben noch zwei Lap-Packs im Lagersystem. Zombies. Zombies. So, jetzt können wir das hier mal austauschen. Achso. Natürlich. Jetzt kann ich wieder nicht schnell laufen, weil ich ein Mongo bin. Du bist fett. Du siehst einfach ein. Fett bist du. Dankeschön. Ich mag dich auch. Ich weiß. Nein, ich hasse dich. Ja, das sagen sie denn alle. Ist einfach so. So, dann haben wir schon mal 5 Millionen EU auf der Rüstung. Und das gefällt euch schon mal ein bisschen besser. Da sind wir schnell. What the fuck? So, jetzt noch habe ich dann, äh, Maschinenblöcke. Ich kann den ganzen Scheiß hier mal ins Lagersystem tun. So, erstmal weg damit. Messfabricator, warum erstmal nicht? Stone, chest and ironing, gut. Slappack brauchen wir nicht mehr. Da ich jetzt rausgefunden habe, diese Rüstung fungiert sogar als Bedpack. Das heißt, man hat ein Jetpack. Und es laden sich gleichzeitig auch noch die Geräte auf, die man in der Hand hat. Das ist also ziemlich geil. Was wollte ich denn jetzt holen? Ah, Maschinenblöcke. I think so. We find iron. Was brauche ich noch? Hm. Haben wir Eisen in der Kiste, weißt du das? In welcher? In der Black Hole Test. Ja. Theoretisch. Ich find iron. Ach, da iron noch. Mann, Mann, Mann. Wie brauchen wir denn? Wie viel brauche ich denn da davon? Sechs Stück, okay. Sechs Stück, das heißt, das könnte gehen, wenn ich mehr davon hätte. Aber habe ich ja nicht. Dammit. Gold. Hast du in der Zeit, als ich weg war, eigentlich mal über Themen überlegt oder sowas? Ne, habe ich doch gesagt. Ticket ist nicht so das Themenansprechding. Ticket ist immer so das Bauding. You know? What do you mean? Ja, sie wollen aber nicht hören. Glaube ich, das machen wir jetzt so und das so. Und das quetschen wir jetzt nochmal da rein. Nein, das wollen sie sicherlich nicht hören. Schau dir jetzt mal meine Plasma-Gun an. Nein, ich brauche gerade was. Ich kann gerade nicht. Ich kann es ja mal wie du machen. Das machen wir jetzt so hier. Ja, aber da sieht es ja keiner. Deswegen ist es ja dämlich. Es ist doch egal. Nein. Schaut euch diesen Lava-Turm an. Ich seh's doch, ich seh's doch. Wo bist du eigentlich? Weg. Wenn ich dich jetzt hütte. Geh weg. Oh. Oh. Was hast du denn für eine Rüstung? Die Quantum. Aber nicht ganz. Und die ist auch kaum noch aufgeladen. Wie viel Schaden macht das? Wie viel Schaden hat das gemacht, Mann? Ja, ich merke schon einiges. Scheiße. Okay. Ich lass das dann mal. Aber ich würde es gerne mal an irgendwelchen Viechern ausprobieren, die wir hier nicht haben. Du hast schon mal eine Rückkopplung so ein bisschen. Wie ist das? Kümmer dich mal um deine Hühner. Die flippen ja voll aus. Reden sie mit mir. Selbst wenn du nicht redest, wird dein Mikrofon voll laut. Deswegen, das kannst du nicht machen. Du kannst mich ja muten. Nein. Es gibt für alles eine Lösung. Wieso? Was hast du denn jetzt? Warum bist du jetzt so eine Pussy? Ich bin keine Pussy. Hä? Jetzt geh doch. Lass mich doch einfach krachen. Nein. Niemals. Doch. So, was wollte ich denn machen? Ich wollte die Quarry neu umsetzen. Die Quarry. Ach, jetzt habe ich nicht in die Conductive Pipe geguckt. Egal. So. Ihm hier und. Und noch zwei Dinger. Dinger. Äh. Weißt du, was ich diese Folge dann auch mal übernehme demnächst? Hä? Ich werde ein bisschen Erde klatschen, damit du das nicht machen musst. Damit der feine Herr sich hier nicht die Finger schmutzig machen muss. Ich hab's schon gemacht. Leg dich mal ab hier. Lausbub. 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 Ist klar. Dann geht das ganze auch schneller. Da ist nur ein Stein. Yeah, da ist ein Stein. Na drei Stunden, Mensch. Ich brauch dir irgendwelche Fahrstuhlmusik um. Nein, brauchst du nicht Doch Nein Nein Kaum ist er aus dem Urlaub zurück Du kannst mal Was erzählen Ein Schwank aus dem Mega Urlaub Ja, war keine Themen Genau Ich erzähl Ja Ja, ist so Das ist eine Logik Ist so Wie war es denn? Es war Sehr warm Ja Sehr warm Ja Sehr warm Genau Es war wirklich sehr warm Ja, ich weiß Ich glaub dir das Siehst du Siehst du Ich erzähl nicht nur Mist Oh, geil Was war das denn gerade? Ich hab einen schönen Mann, Hühnerpfarr Jetzt lass deine Hühner in Ruhe Lass die aus dem Spiel Wenigstens Nein Nein, die sind jetzt tot Alle Ja, das nehm ich doch meine Wie komm ich denn jetzt Das nehm ich doch meine Quarry Stellen wir die denn hin Hinten Äh, möp Möp Jo, passt Ja Ich hab keine Ahnung Was sie großartig erzählen soll Es war halt So wie die Schweiz halt ist Ach so Wie Ja, aber wie ist denn die Schweiz? Größtenteils Langweilig Oh Ja, warum funktioniert Aber warum ist die Schweiz hier langweilig? Ich hörte schon auf Ich kann grad nicht beantworten Warum funktioniert der Hopper nicht Send und Receive Send und Receive Wir können auf die 20 gehen Kann man bei den Hoppern hier nichts draufschmeißen? In dieser Welt Äh, glaub ich nicht Ich weiß es nicht ganz So, Output 1 Und die Facepipe Wie war die eingestellt? Was haben wir denn hier eigentlich? Äh Hallo, darf ich da mal Oh, was ist da? Äh, 50 50 50 50 50 50 So Äh Wie soll ich denn die 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 Das erklär ich dir Wir müssen Ähm Ich weiß ja nicht Wir müssen erstmal sowieso weiter Erde klatschen Weil wir brauchen dafür mega viel Platz Hast du ein bisschen Fleisch? Nein Doch gleich Bestimmt Ich muss mal eben nur die ganzen Hopper hier Wo bist du eigentlich? Bei den Hühnern Achso Wir könnten ja theoretisch auch eine automatische Hühnerfarm bauen Das könnten wir alles tun Ja, mit einer Menge Ich muss mal was trinken Sorry So Ich bin wieder einsatzbereit So Wo bist du jetzt Jetzt suche ich dich erstmal Ah, hier bist du Okay Ja, wir haben doch hier jede Menge Platz, oder? Also theoretisch Nein Haben wir nicht Ich bin Blindfrau Ich Hol mir noch ein bisschen Erde gerade Wenn ich eigentlich erstmal das Lagersystem machen müsste Aber egal Video Settings So Wir müssen jetzt erstmal gucken Wo bauen wir die denn? Eine automatische Tierfarm Wollen wir die Na hier vorn vielleicht Das wäre ein bisschen Früh glaube ich Also die Hühner müssen wir extern machen auf jeden Fall Da habe ich glaube ich auch eine andere Idee Wie wir das machen könnten Was wir hier auf jeden Fall machen müssten wäre Eine Schweine Kühe haben wir ja nicht, ne? Schweine haben wir Aber Kühe nicht Na gut Ich müsste mir mal Ähm Im Prinzip was angucken Ne Ich Bin kurz Ne Äh Ja Gibt das Sewage Ah, Sewage Collector Okay Wir brauchen erstmal Sewage Collector Damit machen wir dann Wir brauchen dann Fünf mal fünf Feld Für jedes Also jeweils Input und Output sozusagen Komm Moment Ich Begrenze das mal Begrenzen wir das mit Glas? Ja, ne? Hier Glas Cover Geht's dir gut? Ja Ich mach gerade was Also Ja Ja Hämme erstmal Hämme erstmal deine Wehrtaste kaputt Passt schon Lass mich Drei Vier Fünf Eins Zwei Drei Vier Fünf Sind hier ein bisschen Ne Haben wir Clay? Eins Zwei Drei Vier Fünf Äh Keine Ahnung Muss man Gucken Kommen wir ein bisschen Klein Vor Hast du die Mischung Richtig Im Inventar? I Don't have it Nein So wie viel Abstand muss ich hier jetzt lassen? Ich glaube So ist richtig Ja So ist richtig Tü 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 No Tü Diese Nach Innen Die sind auch falsch gesetzt novell Zwei Hhm Da bist du laut, man Rose Rot Rot du musst eindeutig mehr reden wenn ich konzentriert bin kann ich nicht reden ach das ist doch eine billige ausrede deine katze ist eine ausrede meine nicht vorhandene ja dann nicht vorhandene nicht mehr vorhandene man will immer genau bleiben so können wir das eigentlich lassen dann brauche ich jetzt fünf mal fünf sind 25 50 dürfen das sein also 55 sewage collectors also du bist so laut du musst echt mal die am besten das mikrofon zulegen rante hacke sewage collectors factory machine raw plastic okay wir brauchen rubber die anlage dürfte ja noch arbeiten tut sie gut 64 64 willst du mir nicht mal helfen oder hast du keinen alter vorrat alter hast du den riesen baum abgeholzt welchen riesen baum welchen den riesen rubber baum welchen denn hinten im dschungel ich habe da zwei abgeholzt wirst du ja ich hab mir da wollte ich noch was schönes hinbauen ja sorry wir brauchen ja roger loch wir brauchen aber und wenn wir brauchen da muss man prinzipien setzen ich pflanze den neuen ok damit sie nicht weinen muss die riesen haben wir nicht planen oder doch kann 1 2 3 4 oder nochmal 2 64 steaks davon haben wir noch stone ja haben wir 1 2 4 4 hast du eigentlich auch das gemacht was was du machen solltest in der schweiz was ich dir gesagt habe was hast du mir gesagt dass du das nicht mehr weißt ich weiß es gerade wirklich nicht mehr ja ist vielleicht doch besser so was war das denn ich lass das einfach mal so stehen also irgendwas komisch ist dann bestimmt ja auf jeden fall immer du kannst davon ausgehen wenn ich was sage das keine ahnung ist dann ist es komisch you know what i mean ein bisschen da rosen rosen ach hier kann man ja einmal stacken das ist ja geil rosen rosen spinne verpisst dich achso du brauchst das davor in clay haben wir noch welchen gehabt ja wir haben noch 1000 oder so ups mhm da könnte es aber schon eng werden ey obwohl 1000 sind echt nicht viel rosen 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 Das Telefon geht. Was wolltest du mit dem Dropper machen? Ja, dann wollte ich das eigentlich mit dem Hopper. Hopper. Also hier heißt der Hopper. Ja, den wollte ich da unten in den Boden einbauen. Und bei den Hühnern. Und wenn die Hühner dann Eier oder so fallen lassen. Ja, aber ich meine ja Scheiße im Sinne von Scheiße. Also Dünger. Das greifen wir von den Tieren ab dann. Die droppen, aber keine Scheiße. Mit dem Switch Collector schon. Okay, jetzt habe ich etwas mehr gebaut als ich wollte. Aber egal. Jetzt haben wir 64 Switch Collector. Die durften ja reichen. Du kannst dir das angucken hier. Ich bin gerade irgendwo im Nirgendwo. Irgendwo im Nirgendwo. Wir sollten aber vielleicht unten erstmal die Goldpipes verlegen. Das wäre vielleicht eventuell besser. Okay. Hup, hup, hup. Na? Geht's? Jetzt? Okay. So, das wird eine absolute Massentierhaltung. Also auch sehr, äh, ja, tierfreundlich alles. Ich mache hier und da mal einen grünen Wollblock hin. Einfach zur Deko. Warum laufe ich eigentlich weg? Ich habe da die Mauerwaffe. Lol, One-Hit. Die Viecher sind One-Hit übrigens. You know, what I mean. Ähm, brauchen wir den jetzt noch? Ne, eigentlich nicht. Können wir noch den hier brennen. Gold ist ein bisschen Gold. Gold. Golden Transportpipe. Ne, warte mal, da muss es ja... Mortarproofpipes. Okay, ja, alles cool, alles cool, alles cool. Clay, 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 Clay. Oh, schön. Was ist schön? Äh, ich habe gerade zu viel von etwas gemacht. Das passiert dir irgendwie öfters. Du lässt nach, du lässt nach. Das bräuchte ich dann theoretisch... Oh, das ist richtig. Was denn? Das sieht ja Hammer aus. Was denn, was denn, was denn? Das sieht ja Hammer aus. Nichts. Ne, nichts. Okay. Äh, ich brauch nur noch Sand oder Sand oder Glas. Wir könnten mal wieder eine Folgenpause machen. Oder Sand oder Glas oder Sand oder Glas oder... Folgenpause? Glas. Ja, mach eine Folgenpause. Das ist eine super Idee im Moment. Was? Sand oder Glas? Ne Folgenpause. Achso. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder... bei Taktown. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.